Moin, ich bin es wieder, der Doktor und mit einer kleinen Erneuerung bei den GTA-Videos. Wie ihr schon seht, ich bin im Online-Modus, yay! Und die Puppe spricht, wenn ich spreche, das habe ich ja auch gemacht. Ich habe nicht mein Xbox-Headset-Dings-Da-Boom-Star-Gedöns herangrastelt. Ja, ich wollte nochmal versuchen, eigentlich wollte ich versuchen, ein Panzer zu bekommen, aber ich will jetzt erst versuchen, einen Hubschrauber zu bekommen. Zwar nicht den Bewaffneten, vielleicht bekomme ich doch den Bewaffneten, aber ich will erstmal einen anderen versuchen. Da wo wir jetzt hinfahren, gibt es die, ähm, wo war das jetzt? Lalala, lalala, tutututututututu. Hm, ich glaub, das müsste hier sein. So, da fahren wir jetzt erstmal hin. dieses lange gefahr da weiß man wie der man nicht was man sagen soll ich habe mir nämlich wieder kein thema rausgesucht ich bin zu doof auto zu fahren ich wollte ja eigentlich ich wollte ein drift kurs bei gitarre stellen wo man den lernt zu driften ist mir bis jetzt noch nicht gelungen ich kann es immer noch nicht ich kann es höchstens mit einem bestimmten auto dieses ist es schon mal nicht und weil ich es liebe wenn man so driftet der kleine wagen hat so eine geile huppe weil ich es liebe zu driften und ich glaube ich bin jetzt im falschen platz gefahren oder oh ne da vorne ist es Fettsack ja hier müsste es sein ehrlich jetzt jetzt ist voll rums geht auch so da ist gerade einer gelandet dann nehmen wir mal den hier wie schon gezeigt der steht hier da in diesem bereich stehen immer Hubschrauber jeglicher Art es gibt ja den gepanzerten den bewaffneten und so bla 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 Cargobob weiß ich nicht ob der hier steht wow da sieht man ich bin zu doof Hubschrauber Flugzeug zu fliegen ja mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen der steht meistens da ich habe jetzt noch keinen anderen platz gefunden wo man den auch noch finden kann deswegen habe ich den nur hier gefunden aber ähm nö das ist ein soll das ein R sein? Frogger Hubschrauber kann sein ja ja fliegen ist nicht so meine Stärke landen erst recht nicht ja das war es denn hiervon ihr wisst jetzt wo ihr am besten so eine Hubschrauber her bekommt da bleibt mir nur zu sagen ähm bis zum nächsten Video lasst einen Kommentar da wenn es euch gefallen hat Daumen nach oben ja und Abo nicht vergessen wenn ihr weiter meine Videos gucken wollt Tschüss tschüss hu tsch